Und tut mir leid, aber ihr wisst ja, ne, oder, ja doch, ich muss, ich will meine 100 Punkte behalten, meine Güte, es ist so. Du bist wirklich sehr stark, ja, schon bei diesem Gegner musst du auch keinen Schwachkopf finden. Ich hab jetzt die Comic-Stimme nicht verwendet und dann ist mir mittendrin eingefallen, hey, der spricht ja gar nicht normal, sondern so komisch. Ich meine, ich hab ungefähr Huawei. Achso, ekelhaft gemeint. Das muss man bestimmt, ja genau, so reinhauen. Ach so scheiße, was bin das denn, Beziehungen? Ja los, Triosie trifft den Klack, ja. Das gibt's nicht, das gibt's doch nicht. Triff dieses Herz, Yoshi, du. Die kommen immer wieder, die Eier, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich hab insgesamt zu wenig, kann das sein? Das gibt's doch nicht. Ich hab zu wenig einfach. Ich hab zu wenig, ich brauch viel mehr, wow, das wird nix. Das wird nix, ich werd jetzt erst mal den Postkampf verlieren. Das wird nix. Triff, ich hab zu wenig insgesamt, zum... Fuck, kann ich irgendwas zum... Ich kann nix, oh, nein. Ich kann nix mal was einsetzen, das gibt's doch nicht. Triff, bitte, dieses... Das reicht nicht aus, wirklich, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Nein, nein, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh man, los, 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 los. Bitte, 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 Yoshi, nein, bitte, 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 der ist nicht weg, der ist nicht weg. Das werd ich verlieren. Oh Gott, ich hasse wie ich spiele manchmal. Das war ja, das war ja voll dramatisch. Boah... 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 Peuh, mal, wow, wow, wow... Ey... Um... Gottes... Willen! Da möchte man da warten. einfach damit ich weiß ob ich besser schneiden kann mache ich das nächste level ich habe keinen bock der fünf minuten folge zu bearbeiten deswegen gucke ich mal habe ich das mit diesem level besser ausgleichen kann und wenn ihr die videos seht dann wisst ihr ja eh schon wie ich geschnitten habe ich wusste gar nicht dass ich die löwen aufessen kann ich wusste gar nicht dass mein kind wieder mal so nervig ja gut doch das weiß ich inzwischen das war eine glatte lüge das weiß ich doch 5 5 mittlerweile so lange ist das spiel nicht mehr obwohl ich natürlich noch die bonus level mache also über 50 folgen werden es hundertprozentig da braucht man sich überhaupt nicht wundern ich habe 55 werden das wohl mag schauen unter 60 ich werde zwischen 55 und 60 folgen haben schätze ich das ist meine prognose das ist das für einen moment mal der verblügt doch gar war super super weg der der ist so respekt der hat doch da ist das hier was kann ich damit das machen ich versuche dem kaputt zu stampfen es ist so wie sehr wenig los wieder mal diese ja ich verstehe den sinn dieser komischen grunden wahrscheinlich gibt es einfach gar keine so vergeblich wird mir sehr viel wenn mein sternzimmer gerade nicht auf zehn war jetzt habe ich insgesamt ein stern gewonnen wenn man so will naja ich sehe dass damals ist aber wie soll denn das gehen kann ich warte warte kann man auf die ich versuche irgendwie zu überlegen ich verstehe ich verstehe es nicht ich will es auch gar nicht verstehen glaube ich oder doch 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 das war genau wie ich es mir gedacht habe und ja wow das könnte das erste mal sein dass es mir ganz egal ist ob ich da geheil ist und ich einfach nur abhauen möchte das ist ohne scheiße probier es jetzt noch ein einziges mal es ist jetzt so weit oben ok nochmal nee komm weck mich ehrlich tut mir leid aber das ist mir echt zu doof das ist jetzt ein level da weigere ich mich wirklich dazu probieren gerade das mache ich dann lieber nochmal in ruhe außerhalb der aufnahme für 100 punkte was soll ich jetzt hier machen jetzt soll ich einfach nur umherfahren ich sollte vielleicht auch die münzen scheiße hat er eh schon alles liegen lassen das wird eine der schlechtesten verziehungen die ich jemals hatte das kann ich jetzt schon sagen ja super lass die rote Münze liegen nein ich bin schon vorbeigeflogen ich wollte ich habe mich gerade umentschieden und wollte die doch mal ne aber ne wow wow yeah yeah wow einige sind hier wolken ich glaube man kann dem obergehen wenn man die rote fliegt mit dem helikopter ne na immerhin die blumen haben wir aber ich das ist ja schon mal irgendwas auch wenn ich hundertprozentig nicht mehr die hundertpunkte kriegen kann wie wir schon gesehen haben ja wo muss ich denn überhaupt landen sag mal wie groß ist denn das hier gib mir mal den o ja gib mir mal genau ein paar sterne können nicht haben hier ist doch mal was wieso ist der Pfeil da wenn man ne vergiss es ey wahrscheinlich soll man davon ja platt perspektivisch macht das doch wenig danke dann halt nicht mit 15 stellen weitermachen wow das wird so ein geiles ergibt sich die jetzt schon wieder das wieder das schlechteste gegen das steht dass ich jemals bei joshies island gebacker habe oh oh Sternregen hier was war das denn guck mal da war noch was oder 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 war irgendwie schon hier getäuscht hier ich böde mir doch nicht etwa Sachen ein oder was das ist das war ich feiere auch ganz an aber gut das ist welt 5 was wenn man erwarten außer dass sie sehr beschriebigt werden muss man ja auch mal sagen das hätte man jetzt die genauigkeit gehabt werde ich eigentlich jemals nochmal eine piranha pflanze erleben in diesem spiel in die ich nicht einfach rein springe ich glaube nicht oder warum mach ich das warum verschwende ich ich meine ich werde eh hundertprozentig nicht hundertpunkte kriegen also warum mach ich das also und nehmen mir diese blume ja weil ich nicht weil ich mir die schmach ersparen möchte den allerschlechtesten wert überhaupt zu erzielen das ist die mayor league gaming pflanze da gewesen major heißt übrigens nicht mehr ich sollte auch englisch richtig aussprechen wenn ich schon englisch spreche das ist übrigens kein bisschen gefährlich hier nein wozu ist dieser ach so da wird man wenn man da ist das nicht noch mal ach so klar und da hoch mit dem auch gott wie soll doch jetzt bestimmen hä ich ich schicke das level nicht ich bin schon wieder ein opfer dass ich verstehe das level nicht kind du fliegt kommst jetzt immer ja aber da oben ist ein fall den sehe ich ja den sehe ich den pfeil aber was soll der mir jetzt sagen selbst mit den möwen komme ich da oben nicht hin obwohl doch mit der ach dieses level ist anstrengend einfach deswegen weil ich die ganze zeit aus möwen mit dem mit dem ich bin nichts im auch nur ja da ist nicht viel mit gut oder nicht stimmt ja die glückskarte ist auch ein bisschen grau gräulicher das hier ist ja mehr bläulich vielleicht kriege ich jetzt ja mal leben wenn du spiel bisher nicht immer einmal 0 oder schlechtes es ist ein leben tatsächlich faszinierende naja